Howdy Partners! Welcome to Han Showdown! Als wenn direkt einer da wäre! Here we go! Final Cut on Road to Prestige! Wir sind gleich soweit! Ich hoffe ihr auch! Nein! Kann man auch disliken? Ja, das nennt man dann Dissen! So los hier Hubertina! Drück mal! Gib mir Gitarrensolo! It's the final countdown! Die Lady! Gib mir die Gitarrensolo! Warte mal kurz! Ich muss jetzt noch mal kurz die Waffen hier noch zu Ende einstellen! Ach ja! Entschuldigung! Das ist alles Vorarbeit! Vorarbeit? Nee! Also ich muss mich auch dann immer noch erst um meine Familie kümmern und so! Ja! Sei doch halt gemein! Alles Vorarbeit! Komm! Bring doch eh nix! Ich klein ja eh nix ab! So läuft wie jetzt eben gerade die Runde! Ja! 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 Was soll man sagen? Meine Damen und Ehren! Jetzt wird's interessant! Fitzefazze! Fitzefazze! Jetzt wird's interessant! Jetzt wird's interessant! Jetzt wird's interessant! Jetzt wird's interessant! Ja! Jetzt! Jetzt! Wirklich jetzt? Jetzt! Jetzt! Oh! Fleischkopf! Ich hab Fleischgefühl genug getötet! Äh! Und warum? Achso! Oh nein! Wir sind ja schon in der Lobby! Jetzt kann ich's wieder nicht annehmen! Ich bin noch im Ladebildschirm! Das ist ja so im Menü! Ja! Aber man kann dann eben in diesem Monstrarium kannst du halt keine Einträge freischalten! Ja! Korrekt! Warum auch immer! Darum! Das ist ein Anti-Cheat-Tool bestimmt! Einfach darum! Anti-Cheat! Ja, ich weiß! Absolut Anti! Ja, ich weiß! War die Frau schon wieder da? Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Wollte die Frau schon mir komische Sachen erzählen? Nein! Nein! Hast du deine Schuhe noch angelassen oder was? Schuhe an! Schuhe an! Wie spät ist es? Schuhe an, Socken an! Auch nicht! Genau! Gleich hält er wieder so eine nackte Quante in die Kamera rein! Das könnte natürlich auch so ein bisschen so dein Signature-Move werden! Hallo Leute! Das mach ich jetzt nur! Ja! Das mach ich jetzt nur für Follower! Ja! Ja! Halt dich was nacktes in die Kamera! Halt dich was nacktes! Oh! 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 Warum nur? Ja! Ich distanziere mich hiermit vor Stinky! Also ich halte definitiv nichts nacktes in die Kamera! Da vorne sind schon Hunde! Komm schon! Nein! Musste ich auch schon so ein bisschen prostituieren hier für Follower! Ja! Mach du zuerst! Ich guck mir das an! Und dann entscheide ich für mich selbst, ob das was für mich ist oder nicht! So! Wo müssen wir hin? Wo wollen wir denn hin? Oh! Links! Oh! Ganz links ist hier! Süd! 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 West ist glaube ich ganz nah dran schon! Hallo! Guten Abend! Und? Den sie dir her mit der Grütenkutte! Mit dem Poncho! Ich bin der mit dem Messer! Woah! Du bist Sponcho Bob! Es ist manchmal auch mit diesen Sticks so wie so ein rückwärts ausparken! Wenn du falsch rum stehst! Du musst dann eigentlich noch so! BEEP! 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 Mike, hast du jetzt eigentlich den ersten Part des Events schon fertig? Ja ne? Was für'n Teil? Du hast den Indianer gestern gekriegt oder? Oder die Indianerin? Mhhh! Kann sein, ja! Kann sein, sagt er! Waren wir durch! Ja doch! Waren wir noch vier, sechs Punkte, vier Punkte gestern gemacht? Ja genau! Haben wir noch gemacht! Das heißt du müsstest jetzt schon beim zweiten Teil sein! Muss ich jetzt nicht mehr machen? Machst du das automatisch oder muss ich das ansehen? Nicht! Ich meine das hat er automatisch gemacht! Ich glaub die ersten ein, zwei Tage war das noch! So dass man das machen musste! Aktiv! Aber jetzt nicht mehr! So dann Richtung... Hier sind Handdolaris! Handdolaris! Nordwestlich ne? Den Hinweis schon oder? Nordwestlich, ja. Ja, die hab ich schon. Gehen wir hier durch die Pampa? Ja, ne? Wusch, wusch, mein Pferd hier. Aber hier sind irgendwo... Was auf Himmel? Ja, vor dir. Und da ist nur ne Munden, kommt auf dir zu. Danke. Danke. Oh, ich bin das Springfield Wasserpimmel. Du hast ein Springfield Wasserpimmel. Das ist irgendwie ne dumme Idee, jetzt hier lang zu gehen, oder? Ja, geil, oder? Ich gehe außen rum. Warum sind wir tot? Ich kann weitergehen. Warum? Wir sind ja auch schon fast durch. Die spawnen recht schnell neu. Ja. Das ist aber doof. Nicht zu veraschen. Wir haben eine nicht zu verraten. Ach, ne? Ich bin ja auch schon da. Oh. Ich dem Jäger-XP. Ja, toll. Manchmal lohnt es sich auch, den Umweg zu gehen. Ja. Manchmal. Du bist auch so ein Jäger-XP. Manchmal. Manchmal. Möchte ich gerne mit dir. Was? 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 Was denn? Ritterin. 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 Gut. Du redest rechts rum. Achtung. Du fährst die. Du musst doch da irgendwo sein. haben getroffen ist da der läuft jetzt links rum dahinter ist einer drin habe ihn gehetet alle hinten ist auch noch warum schießt das hinter dem wagen ist gerade jetzt kommen die zu mir muss da weggelaufen sein weil da ist nichts mehr dann wird er wahrscheinlich da links da hinten am baum meint er hat die zwei punkte mike was auch da ist da irgendwo bei dir da ist ein fleischkopf scheiße dann kommen wieder zurück wo sind die mit denen wir uns hier gelingt haben such dir ein versteck mike da bist du lukas ja ich laufe richtung mike hier sind auf jeden fall zwei teams ne ja mike 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 ja was denn was denn was denn was denn wir sind nicht allein Matthias 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 ich glaub wir sind nicht allein oh zombie im maisfeld ja der verfolgt mich schon die ganze Zeit während ich hier die jungs Teil 2 wo sind die hin ich weiß es nicht also links kommt auch noch was ne ja ja mein auto m geht hier gerade etwas hinterher aber ich weiß nicht ob es ein zombie ist das mag nicht was ach da ich hab springfield heckenschütze beschissenste waffe für diese situation müsste eigentlich gucken dass ich irgendwo hier läuft was ja aus der richtung da ist er lang gelaufen wer hüpft ich enten hinter uns hinter uns ja ein ganzes stück in die richtung da hinten ich gehe mal auf den turm da wenn ich es schaffe zwei hives ey wollt ihr mich verarschen hast du dann geschossen auf die hiver ne aber schießt einer auf mich von wo warst du zufällig ich hätte jetzt gesagt aus richtung süd das ist hier aber dichtes geäst ey das ist hier aber dichtes geäst ey wer hat was geworfen ich habe eine erstickungsgranate hingeworfen damit ich höre wenn die kommen er hat da was zum explodieren gebracht hier läuft einer bei mir der kommt direkt auf mich zu ja ich sehe ihn aber nicht einer down die werfen hier bei mir was rein irgendwo aus richtung südwest würde ich sagen ja habt ihr die treppe im blick weil der muss ja hier hochpushen ja hab ich hab ich ich sehe bei dir aber nichts schnell ich nicht aber die erstickung vor mir ist ja relativ nah oh jetzt huste ich ja selber das war doof oh ja da kommt jetzt den turm hoch gleich wir dürfen nochmal was zu dir ja ja scheiße hat mich dynamitbündel hä aber warum erstickt denn das ding nicht das dynamitbündel du bist dahinter hit ich geh grad von der anderen seite dran der trifft mich ich sehe ihn noch nicht alter links von dem ist er direkt da dran jaja jetzt weiß ich nicht mehr wo er ist ich musste gerade kurz der ist ja immer noch an dem wagen ja der ist an dem wagen links da unten da ist er links du siehst ihn links da ein hit jawohl scheiße warum zieht denn die knarre so aus der hüfte kannst du ja gar nicht mit der schießen und ich dachte die macht richtig schaden direkt nachladen naja das ist doch nicht normal das ist doch nicht normal Mike hat aber auch immer spezial munition dabei ne ja flitte ist gar nicht so doof nehm ich immer mit heil dich mal heilen heilung verbandsbäckchen die dinger mit denen man andere töten kann nein nicht schlagring nein nein damit kannst du nicht das ist ein schlagring klingkobisch ich will mich aber damit heilen gesund buxen haust dich erstmal schön selbst in die Fresse das ist ein schlagring klingkobisch ist aber so auch schön im Popo jetzt musst du durch die durch die Hütte schießen ja der Eingang ist aber links ne ganz links da biebt schon einer was der andere ist unten der andere ist unten der andere ist unten oh nein wenn da Wasserpummel drin sind dann weiß er sofort wo du bist ne er ist in der Hände boah das war gewachst gewachst ja das ist jetzt schon so eine Art Tennis ne ja eher so Volleyball hätte ich gesagt nachladen Toffee ist schon raus da oben ist er da oben ist er ja wahr ich sehe es nicht ich habe eine Palme davor einer ist neben dir rechts 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 genau da kommt er gleich schnauze voll hier das macht euch nicht rein schnauze voll hier komm her du Mann gegen Mann das macht euch hier Rambo er kommt ich höre das gar nicht ich auch nicht aber Schritte sind schon weg Lukas hört manchmal Sachen die hauen jetzt ab weil es in 3 Minuten ist Ende ja die versuchen noch rauszukommen du bist recht weit vom Extraktions okay je nachdem ob du uns jetzt noch mitnehmen willst oder nicht ja machen wir es uns ja auf jeden Fall noch holen hier den kannst du noch looten hier unten da lag doch einer ich glaube raus kommen wir jetzt eh nicht mehr 3 Minuten 14 wir müssten komplett nach Ost laufen Ost? hast du jetzt hast du jetzt diese Orientierungsspiele? ach ja habe ich ja genau West Entschuldigung dass ich da oben sterben musste das wäre geil jetzt hätte er hier noch irgendwie eine Falle oder sowas ausgelegt nicht mehr reingefallen ja zu Lukas ich bin schon dabei okay also nach West ja stramm Richtung Westen rechts von uns wird noch geschossen ladet nach ne ach ich heil mich einmal und dann ab gehts ach meine Lunge brennt schon ey erst mal Giftspritze die ich voll vergessen habe und das Wasser am besten rum ne genau links am Wasser vorbei ne ja zwei Minuten ja das müsste eigentlich das müsste eigentlich eng werden das müsste eigentlich sehr eng werden ja boah weil er ständig jetzt außer Atem ist egal was ist kann ich jetzt nicht auf damit okay oh ist sie nicht tot oder nehmt die knifften und knattern auf wo schießt du denn hin hast du grad den nicht losgeschossen lass mich einfach in Ruhe hallo Zomich ich hab ne Kniffe drin auf dem Ort das ist das ist das weiß blutig auch noch, ja genau oh mannö ja eine Minute 10 ey jetzt wird's natürlich mega eng Quatsch das schaffen wir locker da ist noch ein gepanzerter rechtssag ist das ein Immo bitte kein Immo ich hab ne Tagesaufgabe ich muss fünf Stück abknallen ja aber ist Recht da wird jetzt noch eine Minute zum Edkommen also das wird schon Ja, das ist schon mega hart. Geht irgendwo hinter euch her? Oh, was ist das? Geht irgendwo hinter dir, hab ich doch gesehen. Oh nein! Oh doch! Fox! Oh, da ist ne Mutti. 27 Sekunden. Ja, schaffen wir ja schon gar nicht mehr, wir haben ja 30 Sekunden Extraktionszeit, ne? 30 Sekunden Extraktionszeit, ja. Scheiße. Proben wir noch die Punkte. Ja, wir müssen erstmal ausprobieren, wie das ist. 7... 6... 5... 4... 3... Auf der Map noch aufmachst. Und jetzt lösen wir uns auf. Wir lösen uns auf. Fast. Fast. Wir machen's wie Take-Set. Wir lösen uns auf. Und jetzt machen wir die Urinien, ja? Genau, jetzt machen wir... Urinien. Wir machen jetzt, äh, Urinien. Urinien. Ja. Dass es dafür keine Animation gibt, wenn du es nicht schaffst, innerhalb der Zeit rauszugehen. Ja, ich dachte, dass man verbrennt wie, äh, wie im Solo. Aber... Ja. Ja, oder einfach rumfällt, oder... Weiß nicht. Irgendwas. Irgendwas Tolles. Hä, haben wir auch einen Jäger gekillt, oder nicht? Ne. Ach ja, doch. Ja, doch den einen, den man gelootet hat. Den hab ich doch vom Turm getroffen. Die haben den echt liegen gelassen, ne? Das war das Dreierteam und die haben ihren Mate echt liegen gelassen. Ja, das sind Freunde. Die sind hier drauf, äh. Diesmal nehme ich auf jeden Fall Windhund, äh. Es kostet nur einen Punkt hier. Bist du auch so ein Windhund? Ja, bin ich. Windiger Hund. Ja. Windiger Hund. Jo. So, wie war das jetzt? So, Mike, du sagst, ähm, du sagst, ähm, Spezialmunition, ist das Nonplusultra, oder was? Nein, hab ich noch nie gesagt. Aber es ist besser, du machst dann doch schon mehr Schaden, ne? Also wenn du Feuer oder Gift nimmst. Das ist ja erst, dann hast du erst mal richtig schön einen, äh, Till an dir. Aber Gott. Es gibt ja noch andere, ähm, Spezialmunitionen, gibt ja nicht nur Feuer und Gift, ne? Ja. Ja, ich nehme mal, äh, Teilmantel jetzt. Aber wenn es die doch schon gibt, dann sollte man das auch nicht sagen. Ja, Teilmantel oder, äh, sag mal schnell, oder? Schnell? Wobei, ich weiß gar nicht, Hochgeschwindigkeitsmunitionen geht hier auch noch durch, äh, Holz. Holz? Oder nicht. Man muss dann nehmen, ne? Da musst du Holzmunitionen nehmen. Du musst du Holzmunitionen nehmen und für Wasser musst du Wassermunitionen nehmen. Also für Nägel, äh, für Holz musst du Nägel nehmen. Hm. Oh. 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 Und durch Metall kommst du auch nur mit metrischem Gewinde. Oh. Äh, ja. Mhm. 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 Metrisches Gewinde. Ja. Mhm. 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 Er, er muss es tun. Ich glaube, es ist einfach ein Zwang, oder? Was ist Essen im Stream? Ja. Ja, das ist ein Zwang bei ihm. Ja, bin ich jetzt, wann dann? Also, ich hab seinen Therapeuten mal gefragt, der hat auch gesagt, da kann man einfach nichts gegen machen. Die hätten jetzt schon ein halbes Jahr dran gearbeitet, aber... Habe ich alles von Matthias gelernt. Habe ich alles von Matthias gelernt. Aber leider wird das nichts. Alles von Matthias gelernt. Zu Essen? Mhm. Krass. Das kriegen sie nicht weg bei ihm. Das ist, äh, das ist so. Ist angeboren. Ein angeborenes Verhalten. Essen im Stream. Genauso wie mit nackten Füßen vor der Kamera spielen. Haha. Man sieht meine Füße. Ja, moin Patrick. Man sieht meine Füße nicht. Dann zeigst du doch mal. Hast du abgehackt, oder das? Deine schönen Füße. Ich sag's wieder, das musst du echt bei dir da jetzt kein... Ich muss das machen. Ich möchte bei dir jetzt keinen Fetisch verdienen. Ein Stumm oder so. Aber ich kenne jemanden, bei dem würde ich nicht wollen, dass er mit nackten Füßen in der Kamera winkt. Hahaha. Wenn die Zehen lang sind wie Finger, dann... Ja, dann ist so... Dann stimmt doch da was nicht. Dann ist das doch ein Schritt zurück in der Evolution, oder? Sollte das mal ne Hand werden? Ne Hand. Ne Hand. Ne Hand. Ne Hand. 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 Was wackelt die Waffe denn so? Die zittert voll. Hat er sich ihm gerade einen weggehobelt, oder warum zittert der? Das ist immer, dass sie in der Vorhalte so ganz leicht zittert. Übrigens ist dein Handlenk auch gebrochen, glaube ich, wenn du das Ding hältst, ne? Ich breche dir gleich auch mal was. Guck dir das doch mal an von der Sache. Wo bist du überhaupt? Ach, da bist du. Hier. Mit deinem Holzfäller-End. Mann, Mann, Mann. Ich messer dich gleich. Mach doch, mach doch. Komm doch. Ne, ich trau mich nicht. Ich brauche ne Spinne. Ich muss ne Spinne extrahieren für die Tagesherausforderung. Ne ganze oder reicht auch ein Bein? Ich muss fünf Gepanzerte killen. In Teilen. Mach das mal wie Mike. Und du, Lukas? Der muss fünf Gepanzerte extrahieren. Mach das erst mal. Und Lukas, was musst du heute wieder machen? Achso, warte mal. Tagesaufgabe. Ich muss fünf Mal drei Blutegel gleichzeitig töten. Wer räumt hier denn auf? Junge, Junge. Also wenn es hier irgendwo ein Dickes gibt. Der ist ja schon drin wahrscheinlich. Nein, das ist ne Mutti. Ne Mutti, die da drin ist. Hattest du die Ole? Runshot mit der Feuermunde. Ja, hier ist ein Hinweis. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wer schießt was? Wo, wie? Ich. Ich war's. Ich muss sich gerade gegen das Pferd wehren. Gehen wir hin, hier rechts, ne? Da ist ne. Süd ist der nächste, ne? Oder Süd oder in Richtung Westen. Ja, Richtung Westen ist näher dran. Kannst du das Pferd bitte dann komplett machen? Oh, das weicht doch aus. Wo man gerade die Mutti verlaut. Kann man den Immo hauen. Geronimo! Komm her! Gib's auf den Dön! Komm her! Ich muss machen, ne? Nö. Aber jetzt schon. Er hat einfach Wacht drauf. Er hat einfach Wacht drauf. Er hat alles in Schuss? Ne. Ne, das ist Richtung Südwest. Jetzt sind da ein paar Schüsse. Gefallen gerade. Oh, jetzt habe ich keine vernünftige Granate, ne? Gegen was? Ich hole mir da vorne gerade den Dickhead. Warum? Da sind die Egel gewesen. Kann ich für dich sowas schlafen? Ja. War ein bisschen... Wie sehr den ist umgefallen? So ein Matsch. Ich hab den vergiftet. Ach, vergiftet. Ne, ein Dickhead. Ja. Ja. Von links. Modi. Hier ist einer. Oh ja, der ist bei mir hier. Ich bin grad vergiftet. Ey, der hat mich auch. Hä? Was hat der für eine schnelle Schussfolge mit einer Winfield? Oh, ich hatte gerade ein Standbild. Was ist jetzt denn? Oh! Jetzt musst du ihn pushen. Die Viecher gehen auf ihn. Alter! Guck mal, wie der schießt! Hä? Hat er eine vollautomatische Winfield, oder was? Ich hab keine Ahnung. Das sah aus, wenn er Fächern mit der Winfield macht, ne? Okay. Durch die Wand. Aha. Äh... Hä? Boah, die haben eine Falle auf die Leiche gestellt. Das sind auch ein paar richtig perverse, wa? Hm. Äh, ja. Das war jetzt ne... ...übersichtliche Runde. Ne, ich kauf mir einen neuen Jäger, komm. Ich kauf mir einen neuen Jäger. Ich kauf mir einen neuen Jäger. Was soll's, ey. Ich kann mir neue kaufen. Was soll's. Da hab ich nur noch meinen Schwarzmantel über, du... Mein weißer Mantel ist weg. Wah. Springfield... Da ist, äh, der Mosen. Der Nagant-Mosen. Ich mach's auch. Ich nehm jetzt auch so... ...Spezial-Munition mit. Ach, ich hab mit dem ja Quartermaster. Ich könnte sogar zwei große Waffen mitnehmen. Aber für den Mosen hab ich noch gar keine Spezial-Munition. Oh, ich nehm die Uppercut einfach nochmal dann als... Hoho. Hoho. Ja, das ist doch mal... Das ist doch mal ne Mischung hier. Ja. Ich hab ne Haftbombe mit ihm mit. Ja. Und auch ein paar Dynamit-Steine. So. Meine Herren. Jetzt aber mal bitte ne Runde mit Extraktion. Jetzt... Jetzt zusammenreißen. Jetzt... Jetzt bitte mit... Mit... Mit Spinne... Und... Mit Extraktion. Ja. Ja. Und in Schöhn. Und mit Kills und so. Ja. Dieses... Dieses Kills. Dieses Kills, ja. Aber das sage ich noch bei Wikipedia nachgeguckt. Seit Jahren... Ne? Ja. 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 We have no skills in Kills. Ohhhh... Ja, heftig. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja. 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 Ey. Ja. Ja. Wann hast du dir denn den ausgedacht? Bestimmt heute... Ah ne, du. Darauf arbeite ich jetzt in der Woche dran. Du schreibst dir schön auf die ganze Woche über. Ja. Was könnte ich denn mal sagen? Ja. Genau. Das ist so. Das glaube ich dir sogar. Pff. Spacken. Ja. Ich habe auch ein neues Motto für dich. so eine... Für mich jetzt? Lebensmotto... Nee, wie sagt man... Wie sagt man... Man sagt nicht Lebensmotto. Man sagt... Mantra. Oh ja. Mantra? Ja. Mantra. Ähm... Opel Mantra? Mike und Lukas. Nein, jetzt warte. Jetzt verloren ich den Moment. Opel Mantra, oder? Ja. Mein erstes Auto war ein Mantra. Lieber zwei Damen im Arm, als zwei Arme im Darm. Oh. 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 Ja, das war's mir vor. Mein Nachbar sagt, dass du immer lieber eine Stumme im Bett als eine Taube auf dem Dach, ne? Oh. Mmh. Oh. Oh. Ah. Ah. Ich find sprachlos grad, ey. Ja, ja. Ja, ja. Du bist- du bist halt nicht so eloquent wie wir. Das ist so. Man, ey. Eloquenzia sei mir Holt, Eloquenzia, wir sind ja quasi so Eloquenz-Bestien sind wir. Unterirdisch gut, ey. Können wir die Spinne nehmen? Nein. Der ist doch der große Bereich hier. Wir sind ja im Bereich. Naja. Also ja, können wir. Warum? Ja, ich will ja unbedingt die Spille extra hier nicht. Das schaffen wir ja nicht. Zwei, drei, fünf Beine. Spille. Spille. Raus mit der Spille. Spinnenlein, Spinnenlein und Wand. Solange uns nicht wieder ein Schweizer dazwischen kommt. Da kommt ein, ich glaube, Schweizer. Ach du, Matthias. Ist die Schweizer hinter uns. Wenn Lukas hinter uns bleibt, dann klappt das schon. Ja, dann hast du Löcher im Rücken. Geht gleich los, sie haben das Licht angemacht. Ich habe mir vorhin ein Video von gestern nochmal angeguckt, ne. Diese Situation mit diesen vier Jungs da an dem Haus. Ja. Da habe ich schlecht reagiert, ne. Also, wie du einfach nur durch diesen Spalt guckst. Und immer. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ach du. Rechts. Rechts. Weißt du, ich da draußen, guck dir das bei mir mal an. Ja. Ich da draußen auf dem Dach. Da mit dem Punkt runter. Ja. Richtig. Ich guck dir das mal bei dir an. Du kannst es einfach nicht. Oh. Ja. Ich guck dir das mal an. Echt cool. Ist das eine Bodi? Ja. Da kommt noch einer mit mir. Jetzt in dem Fall habe ich das wahrscheinlich so getan. Aber wenn du jetzt insgesamt anguckst, also ich habe glaube ich sogar mehr Kells als du gemacht. Die schungen aus, ne? Ja. Jetzt seid nicht Wichser, ey. Ich habe einfach nur... Meinen Teil im Team habe ich gelebt. Ja. Hier ist noch ein Happy Meal. Überlebt, ja. Ich kann ihn jetzt erst gleich, ne. Ja. Oh, da kommen ein paar ab und zu. Oh. Guten Tag, der Herr. Ich habe ihm den Rücken aufgeschnitten. Sorry. Drei. Ah. Oh. Oh. Voll in Ruhe rein. Da ist auch eine Muddy. Gehen wir hier lang. Dann gehen wir doch einfach nach. Oh. Ich bin nämlich vom Osten. Die Kneiz, glaube ich. Hier drüben sind Hunde. Ist es da durch? Ne, wir können auch rechts rum gehen. so fort fort wie wieder noch mal wegen der opel mantra da schießt jemand das ist welche drin ja ich hätte es gesagt schüsse kommt hier sind die hunde ist auch irgendwie ein ticket das sind mal ruhig lehrliche munition werden jetzt das geworfen ich nicht der lukas sagt nix er war es ja ja sorry wurde gerade vom schönsten wesen der welt abgelenkt bei dem dickhead verstehe ich jetzt gerade nicht das ist sehr nah wie sprichst du über meine frau bei dem dickhead ich hab gar nicht ne 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 so nicht es geht schon jemand den hinweis ne haben die hunde gerade wollte erst einmal umkotten ich geh mal gerade da ist ein käfig da draußen ist ein käfig ja aber die sind nicht richtig angeschlagen hallo und dickhead hergepanzerter wo müssen wir hin da drinnen ist das ding doch das geld etwas verstrahlt hier ist noch ein happy meal ja ach so ich kann nichts übernehmen ach sehr gut so und jetzt äh 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 hier vorne ne das soll ja nichts hin sein ach so oder ist da die spinne drin ne drinnen wirds du nichts sein ich schiebe bisschen spider spinne wird verbannt die ist oben drin nein die ist nicht bei c&a bei c&a bei c&a äh holzhandel auf zu c&a ja das war weil Matthias ist hier verbunseln dann haben die aber auch durch zufall gefunden ne mhm mhm hier ist noch der trade salamander hier hast du den mike also ich hab den schon hä ich brauch keinen trade ich brauch keinen trade ich mach die auch so weg aber hier rechts sind hunde draußen also nicht im gitter hier machen wir die weg oder was ja oh 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 hey links von uns sind welche da auf dem Turm ne ich oh er bleibt immer stehen kurz bevor es ist äh ja links von uns ist was im Turm wir sind feinde da oben drin ja ich dachte wir wollen uns zu c&a oh jetzt doch nicht oder ja die kommen davon ja wieder oh bei c&a knallt aber auch schon ja ja wir gehen doch jetzt richtung c&a ja mhm gut enden war dir mhm da sind schon wieder hunde ey das gibt's doch nicht ich will auf dir rechts ja umlaufduse rechts oh da wird geschossen ich weiß nicht ob uns ja irgendjemand hat auf mich geschossen ja mal ab im wald war das sind bestimmt die hinter uns die markiert hat ja die müssen wir gleich irgendwo müssen wir die abfangen sonst kommen wir hier oh da vor uns knallt einer aus dem Fenster hit du hast sie oben das Fenster von da knallt auch noch was da muss auch noch einer sein hinter uns kommen welche da war gerade einer ja jawohl ich geh da mal hin ich geh da mal hin ja hab ihn ich hab ihn ich hab ihn okay die müssen die müssen an uns vorbei von c&a ne wenn sie da raus wollen okay mehr oder weniger kann ich den verbrennen was habe ich denn die blitzbombe schlitterbombe hier kommen welche die wollen glaube ich wiederholen noch mal auf mich geschossen da ich glaube jetzt hier und da haben also auch noch gar nicht alle ich meine aber auch noch ein weiteres team da ist eine komische giftwolke das fenster oben aber ich bin mir nicht sicher ob da wirklich einer war also vorhin hat hier hinter dem stapel noch eine gehockt und der kleine immer wieder geschossen kann man das umlaufen hier das wasser das kann man jetzt auf der map nicht wirklich sehen weit räumig wahrscheinlich richtung west aber sie entfernen sich von uns ne ja die gehen richtung nord richtung richtung ost sind die jetzt gerade abgehauen schon kommen dann hinterher da ist er noch läuft weg ne doch nicht gewährt sich immer noch mal von rechts noch einer direkt über die straße über im wald ein hit ich sehe ihn nicht da rechts da nachladen oder waffe wechseln ja du sagst noch nachladen oder waffe wechseln ich habe mich dafür entschieden mit der waffe einfach noch mal zu schießen so was sind denn das für schlechte runden gerade ja das wird das wird das wird das wird warte das wird ja das fährt das wird wenn ich es ersteche am Boden oh gott das wird schon oh gott heute ist holland in not das war ja mal gekillt ja also ich habe ich arbeite heute daran mich komplett runter zu arbeiten ich habe auch alle alle jäger sind weg alle hier nehme ich doch mal hier so ein jäger hier für 1300 punkte ja gönn dir ja die kohle muss raus ja schimmelt sonst das zeug wohin fiel die fetalise war eigentlich ganz gut überhaltig wurfmesser ganz ehrlich aber der hat jetzt auch gerade schon wieder zwei hits von mir abbekommen aus der mosin also theoretisch hätte auch tot sein müssen oder nicht ja ich weiß nicht über das mit arm oder bein extremitäten treffer ja aber es war ja also ich hab den doch also ich bitte dich das geht das ich ich gehe auf kehle ich schieße doch nicht auf arme und beine hast du gesehen Junge 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 das läuft ja ey Mike 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 Ich bin sofort wieder da im Moment Mike 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 bist du da? Nein ich bin nicht da Du bist nicht allein Du bist nie allein Wir sind immer bei dir Heute Nacht solltest du auch mal in deinen Bettkasten gucken Ich bin ja nicht so eine Pussy wie du Nein Ich kann nicht schlafen Ja aber ich kann nicht schlafen wegen Restless Dick Syndrom Und weil ich Angst davor habe Ja Ich habe Angst vorm Restless Dick Wer nicht So wir haben gerade einen Kill gemacht Das wäre doch schön anderthalb Level noch Und dann löschen wir das Spiel oder was? Ja wir quasi ja Wir starten es dann ja neu Ja macht ja nix Ah hier das Event geht übrigens weiter hast du recht gehabt Wiegt der Axt Verdammter Axt Wiegt der Axt ey Ja Klingt auch wie so ein Budspencer Film Aber es wäre ja wirklich das Hammer Die linke Axt der Welt Weg der Faust Ach ne Weg der Faust Ach ne Weg der Faust Das wäre ja so ein Bruce Lee Film ne Ja Chuck Norris Hm Die Deltas Ja der hatte ja nach dem ersten Film mit Bruce Lee schon keine Eier mehr Hä? Chuck Norris Wie Wie Ja Bruce Lee hat ihm doch damals die Eier zurück in den Mund geprügelt Das war aber bei Hotshots Nein Das war der Welcher war denn das von Bruce Lee? Ich weiß gar nicht Der eine da Die Faust des Drachen oder was? Also der eine da Da haben sie doch an diesem Turm oder was gekämpft und dann hat Bruce Lee ihn zum Schluss genommen, das Bein festgehalten und komplett in die Eier geprügelt Genommen? Ja er hat ihn genommen Bruce Lee ihn genommen Bruce Lee hat sich alles genommen was er wollte Ey und dann habe ich Dann habe ich diesen einen Typ genommen und BAM Und dann? Dann waren seine Freunde dran Und dann? Dann waren seine Freunde dran Was ist los? Ich weiß nicht Was ist bei dir los? Der Balken ist voll Also der Spieler-Super-Balken ist voll Achja nein bei mir nicht Bei mir ist der voll Bei mir ist er gleich halb voll Ja dein Balken hält auch nicht so lange Na doch doch Deine Frau erzählte sowas letztens Der wäre zwar voll aber der hält nicht so lange Das ist wegen der Latenz Ja 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 wegen der Latenz richtig Oder wegen der Server Persistenz oder wie nennt sich das? Server Potenz Ja Ach immer diese Ladebildschirme doch Immer diese Ladebildschirme Die sollte man auch abschaffen Ja ja meinst du am Montag dann halt schön in Jeans Cowboy Stiefel und dann Wagen wir ein Tänzchen oder was? Und wer macht den Wer macht den mit der Jeansweste? Nur Jeansweste Ich nicht den macht dann Kira Also ich mach den definitiv nicht Der hat mich auch leicht angewidert muss ich sagen Das war schon nicht schön Ne Ich muss auch dreimal Blutegel killen hier Das eben gerade hat irgendwie nicht gezählt Warum auch immer Ja Richtung West ne Unser echter oder unser erster normaler Stream abseits von der Hand wird sein, dass Lukas sich das Stiff & Stinky Logo tätowieren lässt Ja Dass ich ihm das Logo steche Hier Dahin Hier ne So an Vorne an Kehlkopf Ja so kurz vor dem Kehlkopf So seitlich leicht Dass es auch schön in der Kamera dann halt ist Ja Matthias situiert mir das auf alt-hawaiianische Art und Weise mit zwei so Stöckern und einer dreckigen Nadel Die Nadel die suchen wir uns vorher noch am Busbahn Ja Er ist nur die Der verbrennt immer gleich alles Jaja er ist der Hive Hunter Der Hive Hunter Warte ich mach den dicken da Mach man Aber du müsst drei Stück gleichzeitig Ja ich hoffe dass die da jetzt gerade dran sind Hier ist aber noch einer Falls du noch mal willst Wie meinst du das jetzt genau Und hier ist noch einer. Oh, Weidwerfer. Cool. Da kommt, äh, ein Grunt. Oh! Oh, oh! Ich hab da aus Versehen was hingeworfen. Was denn? Eine Platzpass-Runde. Ich dachte, was war das denn? Das war wie so ein Knallteufel, ey. Ja, war's ja auch. Ich hab irgendwie... Ich hab gar kein Messer mit. Doch, ich hab ein Messer mit. Das läuft hier doch gerade irgendwie verkehrt. Warte mal. Ey, wir müssen uns jetzt... Das ist genau die gleiche Ecke wie gestern. Wo wir uns dann irgendwie, äh, total... Was ist denn der Dicke jetzt hier? ...total verrannt hatten in... Ach, da ist der... Weiß ich auch nicht. In alles. Ja. Wir fehlen die Worte. Ach so. So, wohin? Warte, ich jage gerade noch so ein paar von diesen Pichern in Luft. Wir müssen in Richtung Norden. Da fällt gleich nochmal ein Trade hin. Ach, die gehen zur Dynamitstange sogar hin. Ach, da ist noch ein Fass hoch. Oh, hier ist auch ein Trade. Ich glaub, der ist da gerade hingeflogen. Alligator-Beine, oder? Boah, hier liegt jetzt gerade keiner mehr. Was hast du gesagt? Richtung Nord, ne? Ja. Hier ist irgendwo einer Hive. Ach, da oben. Boah, hier oben. Bam, bam, bam. Stirb! Nicht lang schnacken hier. Das sagst du immer so... ...in deinem Google. Wahnsinn. Oh, die hat eine Fackel in der Hand. Oh, jetzt lauf doch nicht wieder so schnell. Da ist ein gepanzert, ha, Mike? Ja, den brauch ich. Danke. Boah, ich muss gleich mal auf die... ...mit der Deranger mal einmal hier ausprobieren. Ja. So, check. Der Zombie, der gehört jetzt hier der Deranger. Pass auf. Boah, hat die eine Schussfolge. Und die kann man nach... Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Eber Zombie. Ey, und die hat eine Schussfolge. Die hat ja auch vier Läufe. Hä? Wir müssen jetzt... Hä? Aber die kannst du auch nachladen. Der hat Patronen dafür mit. Ich dachte, die hätte nur vier Schuss und das war's. Das ist ja... Diese Waffe ist ja herz allerliebst. Der hat ja wieder diese Vibration in der Hose, hm? Wie du das Vibration in der Hose... ...bring das mal weg? Also... Ne, du! Ja, nur weil ich jetzt eben gerade Bohnen gegessen habe. Oh, was bin ich denn so außer Atem? Ja, dann bist du direkt losgerannt, oder was? Ja. Da lädt sich nix auf, mal lieber. Da lädt sich nix auf. Hier ist ein Happy Meal. Aber was hat Hotti denn wieder für ein Problem? Oh, hallo! Oh! Oh! Ist hier drin? Ne, noch ein Gebäude weiter. Ja. Was war das? Ach, jetzt bekomme ich auch Patronen für die Deranger hier aus den Dingern raus. Oh! Was hast du wieder gemacht? Oh fuck, ey! Was hast du wieder gemacht? Alter! Ja, genau in dem Moment ausgewichen, als ich geschlagen habe. Ja, ja. Wer geht das nicht? Ausweichende Modi sehr. Hier ist Heilung drin. Ich habe den Raum gekriegt und kannst rein. Soll ich hinter die Zugang? Ja, ja, ja. Ich muss erstmal warten, bis die Vergiftung weg ist, glaube ich. Hä? Hier war doch vorhin noch ein zweiter Hinweis. Der ist jetzt weg. Wir sind noch fertig. Wir sind noch fertig. Warte mal, dann hat den einer geholt, ne? Ne, ne, wir haben jetzt alle durch, deswegen. Wir wissen ja jetzt, wo der ist. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Mike, auf dich hört keiner. Was sind denn mit euch nicht, ey? Oh, Alter. Wo muss man hin? Richtung Sieben. Richtung du uns knallst. Ach, da knallt jetzt weiß ich's. Haha. Der schmeißt die Patronen doch weg, Matthias. Echt? Echt? Wenn du nachlässt, da ist noch was drin. Ich habe jetzt den Derringer gerade noch einen Schuss abgefeuert und dann auf Nachladen gedrückt. Da hat er vier Patronen nachgedrückt. Oh, da ist er wieder. Ja. Ach ne, das ist Matthias. Scheiße, hast du den jetzt mit Brandmunition beschossen? Ich habe gar nicht geschossen. Das hat... Nein. Der hatte Fackeln in der Hand. Der... Von seinen eigenen Fackeln hat er irgendwann zu brennen? Nein, Matthias hat einfach nicht zu brennen. Ach, ihr brennt doch alle. Ja. So was haben wir jetzt noch nicht. Meuchler. Lukas denkt mir, wir müssen diese Türen aufschlagen. Ja. Was soll ich mir glauben? Ja, hier ist er drin. Kommt der auch nach oben? Ich weiß es nicht. Verdammt. Oh, was ist hier denn los? Bitte nicht den Knutzen abbrennen. Kehr, kehr, kehr. Jo, das Schrott-Schnabel wird schon verbannt. Michael ist auf Brandformation, ne? Ja. Hier sind gerade irgendwo Vögel hochgegangen. Ja. Ja, ich hab's gehört. Irgendwo hier in die Richtung. Scheiße, ich muss nachmachen. Ich muss wieder raus. Ach, verdammt. Der läuft nur so wild. Ah, ist schon wieder dieser Geräuschback. Ja, der läuft wie die Spinne. Ja. Ja, genau. Ja. 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 Da ist er. Ja, ich blute. Scheiße. Ist hinter dir. Er ist gerade abgehauen. Ach, ich seh hier alles voll, ey. Oh, komm schon. Da ist irgendwo noch ein Modi. Ja, um uns rum ganz viele. Oh, komm schon. Da ist irgendwo noch ein Modi. Ja, um uns rum ganz viele. Da ist irgendwo noch ein Latern. Ja. Ah. Hier. Hier. Rein oder raus, Junge Mann? Rein oder raus? Ja, 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 warte mal. Okay. Wie knistert's? Ja, irgendwas ist durch Scherben gelaufen. Ich weiß noch nicht, ob es in Knoll war. Wie knistert's? Ja, irgendwas ist durch Scherben gelaufen. Ich weiß noch nicht, ob es in Knoll war. Ach, ich muss bei Knäuschen... Ach, der Scheiß zu mir aus. Ach, Trevi nicht. Mann! Knallt aus Richtung Nord! Entschuldigung, ist hier noch Munition? hier ist munition jetzt hier gar nicht hoch hier muss doch eben hochgehen hier muss auch noch mal munition hier ist eine leiter hier habe ich glaube ich schon mal genommen was ist das für ein komischer dachboden hier kommst du auf die eine hälfte des dachbodens kommst du drauf und das war es dann da ist hallo hallo wo gehen die anderen hin die hocken dann noch keine ahnung was sie vorhaben ob sie jetzt gerade ein nestbau betreiben dann weiß es nicht genau meinst du ja auch gerade brotzeit jäger meinst du die machen sich sehr gemütlich oder was das könnte man so sagen ja hallo 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 hört ihr mich wieder ja wo hier ist alles runter hier oben rote stecker ist ein stück das ist unser stecker ist nicht gut das hat noch ein stück kannst du dich noch bewegen jetzt wo die schüsse näher kommen weiß das war doch eben genauso das war gut pullern jungs ihr macht das bis gleich hast du gerade au gemacht ja ich bin gerade hier runter gedonnert aber Mike ist da hinten jetzt auch gerade gestorben warum ist er direkt gestorben er ist einfach umgefallen ja kam 90 prozent sie war zusatzvoller richtung westen abhauen ja auf geht's ich gucke mich gerade einmal um es nischt knallt aber richtung nord weiterhin ja ich glaube die konzentrieren sich da irgendwie ganz auf die anderen das soll mir recht sein also so wenn wir dieser straße folgen sollten wir eindeutig eigentlich da hinkommen was ist das denn da ein abgestütztes Flugzeug ne ein Schiff ne Boot das sah jetzt gerade aus wie so eine Boeing 747 da ist noch eine Box ja guck mal hier sitzt Forest ja hab ich gerade schon gesehen aber der sitzt auch teilweise auf den Maps mehrfach drauf ne sind die jetzt aufgestanden oder ich dachte jetzt gerade Mike nochmal wiederbeleben aber bringt ja nix es ist ja ne wird raus ne wird raus er geht nicht da leider auch nicht mehr in der Party drin guck mich mal um ich seh nix ich werde hier auch schon oben geschoben ja der Ball war ja jetzt der Patch den sie jetzt gerade reingebracht haben genau gegen diese Mikro-Lags und keine Ahnung was alles ja hat nichts geholfen nee nicht so richtig das ist ja so wie es ja auch alles gut ging mit den ganzen Buttons im Menü und nachdem sie gepatcht haben dass die Button-Menüs da zueinander gerutscht werden und so weiter da war es dann bei uns so weit ja auf was schießt du? auf den einen A-Mord hier Ach so also Richtung also Richtung Ost, Südost sehe ich nix ne meintest das ist rausgebracht ne ne ist auch gar nichts 350 meter extraktion cool extrakt leider keine spinne beim nächsten mal es braucht doch noch hat die anderen haben sich wirklich an einem anderen dinge bekriegt scheinbar modifikation jetzt mal richtig ein haus der grenzländer der ist natürlich auch gar nicht so schlechter das war was war das so noch ja da kannst du mitgeführtes werkzeug noch mal einsetzen das heißt sämtliche dynamit stangen und mollys und so weiter verdoppelt wäre damit sofort und mollys sind aber kein werkzeug aha da haben wir das problem stimmt ja ja dann ist ja scheiße dann ist es gar nicht so toll weil ich meine messer noch mal einzusetzen was wäre dann bei was man noch einsetzen können die der ranger die hat dann wahrscheinlich mehr munition erstickungsbomben sind natürlich dann doppelt so viele da ja was willst du mit vier erstickungsbomben ist auch bescheuert das stimmt sag mal was willst du mit vier erstickungsbomben irgendwas ersticken lassen ich weiß es noch nicht wenn du mal bock hast du irgendwas ersticken zu lassen dann machst du das dann einfach level 99 level 99 klasse ja ich noch nicht weil ich ja nichts töte irgendwie 99 fächer und gut so wie zum beispiel mike ich muss mike einladen ja aber michael naja mach mal ich wart schon da hatten wir mal ein kleid pokas ach warte ich nehme eine andere waffe jetzt ist ja egal jetzt jetzt muss man heraus kloppen was geht er ich habe jetzt gerade hier die aber es ist zwar eine winfield an der winfield centennial ist eigentlich auch ganz angenehme kümmer und korn und wackelt jetzt auch nicht wer weiß wie rum es halten unterschaft repartieren wir sollten auf jeden fall ja gleich uns bevor wir prestigen noch mal ganz in schwung jäger kaufen ach nee die verschwinden und da hätte ich verschwinden doch einfach ja ja ist okay vergisst es okay mein fehler vergisst das verkehr sein dein fehler herr ist okay ist ein fehler ja sein fehler mein fehler vergisst es das ging jetzt fix fixer start hatte ich das schon gefragt dass jetzt gestern noch no country for old man geguckt ja ich habe den fernseher gemacht und dann dachte ich so scheiße es muss wieder hier sitzen bleiben es gibt so ein paar filme da kannst du dann einfach nicht ausschalten siehst du das zwölfte mal fünfzehnte mal und ja aber ich finde die werbepause macht es einem da immer sehr einfach ne ja 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 in der pc immer ein ja das ist ja die kacke also ich habe auch nicht ganz zu ende geguckt ich bin glaube ich kurz vor zwei oder so was bin ich dann auch in der werbepause ja es geht doch ins bett oder gibt es die spinne im bereich nummer zwei du bist nur komplett richtung nordwest ja nee das ist nicht wert wir kriegen ja für den für für die trophäe hier auch die höhere belohnung das ist richtig ja gut wo geht es hin meine damen aber da hast du denn dafür zeichnung im gericht hier mal guck guck mich mal an er guck ich ziel dir gerade direkt auf den kopf ja ich weiß aber trotzdem ist es keine flüssige bewegung wir werden auf jeden fall auf gegner im nahkampf treffen ja also wieso wieso weil ich in der schützen variante ja dann kann das natürlich sein dann kommt nie was auf distanz ich habe jetzt schon leichtes ist da oben dann ja da wo die das aber ein großes sägeblatt die fliege hier nur runter ey einer nach dem anderen ja scheibchenweise hast du runter geschickt richtung ost nordosten ist näher dran glaube ich ne gepanzert das komische ist ich habe ja schon zwei oder drei erledigt aber das hat man nicht gezählt musst du die vielleicht auch in bestimmte art und weise erledigen das kann auch sein dass du sie im nachkampf erledigen es geht nur erschießen ne erschießen nordost ist näher das sind aber hunde ach so ja na dann ne osten vier hunde osten ja also wenn es vier hunde sind dann gehen wir Richtung osten rechts sind osten das sind vier hunde aber das sind auch hunde was geh du einfach durchs wasser holen können hunde nicht durch wasser doch oh god die sind angesprungen was ist doch meist so wenn sie dann jaulen oder nein die stehen ne ne die jaulen auch so ab und zu mal gepanzert da ja vielleicht ist das problem dass du spezial munition hast du verbrennst sie nehmen steht aber steht aber nicht mit bei erschießen ja aber du verbrennst sie ja du erschießt sie nicht ja genau ja es ist so ich werfe die munition und dann fängt er an zu ach weißt du was dann hilft ihr halt selbst schießt nicht so ein dicker hinter pass auf er hat sich da voll versteckt ja hilfe ich hab nix zum schlagen oh nein was denn hier ist ein imo die waren den schon den schrotznabel den wir gefunden haben jetzt der wird schon verbannt das war ich ja oh es kommt mal das schlabel wird verbannt ja dann müssen wir ja zur spinne aber der ist am arsch der bilder der wir müssen ganz ja gut dann lass uns richtung norden kommen die müssen wir ja mann 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 du dann gehen wir halt richtung norden ey ganz ohne schlagring geht es doch nicht halt die klappe einfach weiter gehen einfach weiter gehen einfach weiter gehen ist ein ausrüstungswagen den schnippern ausprobieren der speziell im modi schießt ich auf was auf ne modi gehen hä alter wir sind aber voll die krex komm mädels wir haben keine zeit ja ohne wings wir müssen hier mal windy run wir haben keine zeit deswegen bleibst du stehen das bin ich der stehen bleibt bist du da so ne das war ja kein dicker boah jetzt dachte ich könnte mal kein nicht ist das ein echo oder was ist das das schießt noch irgendjemand das schießt noch mehr was machst du denn da bin der weltbesteste sniperer ja ich hab das gefühl du hast die komplett franchiert mit deinem gewehr ja das gibts doch nicht was machst du denn bam 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 komm mit der hitbox von der nicht klar da hinten in die richtung müssen wir nicht durchs wasser gehen nicht durchs wasser gehen warum sind Pimmel drin ja 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 hinter uns kommen Zombies Matthias ja ich weiß vor uns sind Hunde hinter uns sind Hunde hinter uns sind Hunde oh ich bin oh was ist das denn wenn der Hunde ist Hilfe Hilfe oh nein Doktor oh warum steckt ihr mich an was stimmt mit euch nicht ich brenne doch selber ja wann hört denn der auf damit das ist jetzt keine Entschuldigung wen anders anzuzünden da ist nochmal Hunde ging gleich tot wo war denn der Doktor den hab ich achso der war da hinter dem Haus hinter dem oder hinter dem ich bin gleich tot was macht ihr denn warum kommt ihr denn ja wir haben hier arge Probleme du hast alles auf uns gelockt und dann bist du abgehauen ich hä wieso ich das sind Hunde und in dem Moment kommen sie hinter mir her das war nicht ich meinte ja die die vor uns sind ja ja aber die anderen rannten hinter euch ja schon die beiden mit der mit der Fackel die sind Matthias dann nicht mehr hinterher gelaufen und haben dann gedacht dann nehmen wir mich mal so genau und ich war voll ich bin komplett immer also als du über die Brücke bist da hattest du schon eine ich sag mal hiesige Gefolgschaft ich hab nur noch ein Balken ja ja und meinst du der reicht nicht die laufen raus ne von links von uns ist die Spinne ja die laufen links rum raus also Richtung West ne die gehen bestimmt zur Spinne ne aber wenn wir mich abfangen wollen dann müssen wir weiter Richtung West nein entschuldigung oh fuck oh Mike versucht mich wieder die Luft zu jagen oh Hunde oh Hunde jetzt ne Ausdauerspritze jetzt ne Ausdauerspritze gesundheit gesundheit oh danke 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 pfff da sind schon wieder Hunde sag mal warum sind wir nicht zur Spinne jetzt gegangen ne die Spinne wird hier genauso schon verbannt die ist doch auch schon raus und die ist in die gleiche Richtung Hallo die Spinne ist direkt hier neben uns gewesen und die war noch am verbannen äh ne wir laufen doch gerade jetzt auf die Spinne zu genau die Spinne ist komplett im Westen die Spinne ist im Westen komplett im Nordwesten da ist die Spinne da war eben gerade der Vogel aber den tragen sie ja gerade raus auch in der Richtung die sind jetzt gleich am Extraktionspunkt schon im Nordwesten und die anderen wollen die aber scheinbar auch abfangen die wollen da jetzt gerade abwarten und wissen aber nicht dass wir hier noch kommen da schießen sie schon ach das ist der Punkt da hinten an der Insel glaube ich Mathieu oder? kann das sein? ja genau 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 das ist der Extraktionspunkt der da auf dieser Insel ist oh da hinten der ist jetzt gerade geknallt da ist irgendwas weggeflogen ja die wollen sich beide Trophäen schnappen ein Jäger tot scheinbar der Zommi hier vorne geht steil Vorsicht ach ne das ist ein das ist ein Jäger sehr schön da hinten ist noch einer da hinten ist noch einer da ist links rumgegangen hier ist einer hier ist auch einer bei mir scheiße muss nachladen da ist er hinter den Bäumen ich muss gerade nachladen ich muss gerade nachladen ist hier noch ein Team ne hier hinten hinter uns ist noch ein Team hinter uns ist noch ein Team rechts also da wo die gerade links links vorbei gelaufen sind war noch ein Team ja ja da läuft einer hit jawoll ha 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 ist down hier kommt einer zu mir da vorne auf der andere direkt hinterm Baum ja down voll ich schieße an und du holst sie immer ja hier ist noch einer ich habe aber kaum noch Kugeln hier hinter ich wollte gerade sagen könntest du denn hier mit einem Mark genauer definieren hab ich ich hab den gemerkt ich sehe nicht rechts von euch rechts von euch der ist durch den Zaun gerade durch genau in dem Zaun da war er ich höre mal schnell die Trophäe links von dir war er Matthias er schießt auf mich ja wo die Trophäe war ich sehe ihn nicht der ist wieder dahinter ach der läuft zu dir weiter rüber ja Vorsicht achso habt ihr was zu werfen dann werft was rüber ne hab nix gerade glaube ich da ne der ist weiter links rüber weiter links rüber da kommt zu dir hinterm Boot von mir aus gesehen da ist er hit oh das ist doch nicht und wir pushen den weil die Zombies gehen auf ihn die gehen alle auf ihn die gehen alle auf ihn man könnte dann kriegen unten am Wasser ist noch einer Vorsorge ich glaube das ist ein anderer oder ist das derselbe muss auch ein Indianer skin ne ja Indianerin einer ist da hinten irgendwo ach scheiße ich hab Zombies ist da der Sektionsdienst da unten ja ja dann müsst ihr da hin oder ich fröh gerade Mike oder kann der nicht extrahieren wenn der wenn ihr schießt der kann eigentlich wenn er im Kampf ist meine ich nicht extrahieren ne der ist alleine der wird ja nicht beschossen gerade Dankeschön ich hab kaum noch Patronen hierüber ich hab auf jeden Fall noch was zu werfen der ist irgendwo da an den Bäumen da da ach Jungs ey du dich einfach weg Mike kommt von der anderen Seite schon ich sehe ihn nicht der ist hier genau hinter dem Busch picken wir nochmal bitte da direkt vor mir wo ich gestorben bin da war er hast du ihn? nein ich hab nur einen Lebensbalken keine Chance von wo hat der geworfen? oh der geht hier nach rechts rüber Matti hab ihn gehittet er brennt läuft hier rüber scheiße läuft hier nach rechts ist der hinter dem Zaun oder was? ne ja alter jetzt komm dreck vorsicht der ist der ist da wirklich hingelaufen also er ist ja platziert sich da gerade er hat nur noch Fein und Boden hab ihn ach müsstest du mich mal wiederholen aber ich hab ihn ja mh ist ja doch gerade schön gebrannt schon ach da liegt er ja ok danke ich hab grad nochmal Mike nicht dass er komplett krepiert kann ich eine zweite Trophäe nehmen? ne aber ich kann ihn kurz looten dann können wir drei Trophäen nehmen ne? es ist vier und nichts ja wir müssten alle haben ne? wir müssen jetzt eigentlich alles abgeräumt haben vielen Dank wir müssen nur die Trophäen jetzt aufheben ne? wo sind die denn? hier ist eine bei ihm hier ich komme nein echt jetzt was ist denn? ach ich hab nen Disconnect doch es ist zum Kotzen ne? ich könnte so kotzen ich schmeiß gleich einen Controller in die Wand hier das ist echt nicht wahr ich wollte grad hier looten laufen zack fertig ich stehe hier ist nix mehr dann können wir raus ne? wir haben alles ja aber der Lukas kann ja jetzt nicht mit raus super geil echt wir müssen mal warten bis der Umfeld ja warum ihr könnt ja auch so extrahieren aber uns fehlt ja dann einer drauf her ach so ja ja wenn das so ist wie bei mir gerade dann war es das ja du stand jetzt gerade deine Verbindung ist schlecht und keine Ahnung was ja guck du mal wie er steht ja ja ich geh grad schon mal auf Mission verlassen das macht ja so keinen Sinn oh jetzt gerade krieg ich hier echten Kotzrausch knallen wir mal gerade alles weg wiederbeleben? du kannst die Trophäe nur nehmen wahrscheinlich ne? ich hab schon eine ne das sind ja zwei verschiedene du kannst zwei verschiedene tragen haste? komm geh mal raus aber wir müssen in den Norden ne? nein da ist doch ein Extraktionspunkt oh ja ne da ist kein Extraktionspunkt wir entschuldigen die Unannehmlichkeiten ja geht an Arsch ey das ist echt scheiße in so ner Runde sowas ist mega kass in den Norden ja aber wir hätten doch hier durchgehen können da ist aber Wasser links war nicht nein hier ist in ner Gebäude egal boah ey mit Schrot ist das Ding aber echt böse ich krieg keine Luft vor allem der Jäger der mit den Dingern hätte ich jetzt wahrscheinlich fast Level 50 erreicht Level 50? ja ok Jäger Level 50 ne weil der war jetzt glaube ich schon irgendwie 22 oder so boah das haut den ja direkt um das haut den um oh steht wieder auf das haut den ja direkt um das haut den um komm rein Mike ok drin oh dann nehme ich jetzt den Seelenüberlebenden war ich denke mal jetzt noch eine Runde oder so und dann müssten wir ja eigentlich Prestige haben hast du gerade Sahre auf den Aschgau das wär geil ey bam bam komm her oh mega scheiße echt das ich bin aber immer noch nicht Level 100 ich auch nicht ich auch nicht 4 je auch das gab nur 5300 xp mehr nicht ne lohnt gar nicht hm das ist ein bisschen wenig so jäger ausrüsten was hat der der siehste der hat noch die Mosen hier du musst du noch einländer ja ja freund 2 hallo freund 2 was hallo in 2 einladen steht da komm rein freund 2 ja freund 2 hat die Gruppe betreten guten Tag das ist mein Seelenüberlebender darf ich vorstellen Yaki von der Zarenko politischer Gefangener wow la 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 kumbaya my lord ey dann nehmen sie ein im letzten Moment dieses Erfolgserlebnis dann extrahieren zu dürfen ich finde das kacke weißt du so wie vorhin in der Runde wo du halt eh grad noch am verbanden bist oder sowas geht ja noch aber das war ja jetzt eigentlich der geilsten Runden überhaupt wir haben nämlich keinen Boss getötet und haben eigentlich alle Trophäen jetzt gerade geholt und dann das das war mir aber immer noch irgendwie ziemlich verhackt und stückelt an bei dir auch Matthias oder ist ne kommt bei mir ganz normal an ok also es liegt auch bestimmt nicht an der Leitung alles wieder normal alles wieder normal alles wieder normal das bringt mich da auch in Gedanken gleich vielleicht nochmal ein kurzen Brötchen zu braten ich esse ein bisschen äh kleine Schokoladenstücke fast 100 wenn das jetzt nicht ne total beschissene Runde wird dann sollte das gleich soweit sein endlich ja hast du gemerkt wir haben jetzt gerade als böse L gespielt ne mhm unbewusst und die hingen komplett in der Falle aber gut der letzte hat uns noch ein bisschen zu schaffen gemacht das hat jetzt vielleicht nicht sein müssen aber die anderen und die haben sich so gedacht so den Vogel haben wir jetzt holen wir uns noch die nächste Trophäe und dann machen wir es alle weg ey ja alle Hochmut ne kommt vor dem Knall meines oder wohl was spinne oder hast du das jetzt Matthias ja hab ich ok jetzt habe ich noch die Wochenherausforderung ich muss noch 10 mal das versteckte schlechters betreten äh ich hab doch eben gerade Dynamitstangen mitgenommen scheiße ach man ich muss noch einmal die Blutegel weg machen ist schlecht das das ist ja schlecht ja wir sind ja im richtigen Gebiet also jo 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 Nordost ne auch wenn wir uns da gerade komplett im Außenbereich bewegen ja dann die Richtung dürfte auch das nächste Team spawnen ne ja dann mal los oder an der Straße davor nochmal schnell ne Patrone nachdrücken oh hier hatten wir doch schon mal welche die spawnten da hinten irgendwo ne ja ach da bist du in der Nähe eines Fasses nein ja schade doch leider nein leider nein da sind die Wettpunkte da runter tägliche Herausforderung abgeschlossen geht auch ohne Dynamit wo ist denn der Hinweis der ist hier drin ne ach da ist er im Schuppen ja ne da haben wir einen kleinen Schuppen nebenan oh 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 ähm hier ist ne Toolbox wer schießt wer schießt ich alter wer schießt du ja ich hatte keine Ausdauer mehr ich musste schießen oh 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 so wohin gehts weiter äh Süden aber Süden ist ja ja Süden ist am nächsten da sind die Wettpunkte drin die Spinne wird verbannt what haben sie aber schnell gefunden ne der steht da ja komisch auf der Straße oder Stand Stand ja lauft mal ruhig vor ich komm schon hinterher links von uns Knall diesmal kümmerst du dich um die Hunde ja wenn du mit deinem dicken Arsch hier über die Straße läufst was wurde das nicht dann hier ist ne HALF irgendwo da sind noch Punkte naja aber jetzt wollen wir noch ne HALF ja naja zwei Stück so ja was passiert denn eigentlich wenn du trotz Anzeige der Lunge weiterläufst bitte? was passiert wenn du trotz Anzeige der Lunge weiterläufst passiert nix weiter du wirst halt nur langsamer aber du kannst hier ja auch einfach durchlaufen ne ich glaube insgesamt äh nimmt sich das auch nicht viel ach die der der Hunde Lärm der lockt auch die Zombies an ne deswegen kommen die dann auch immer so blöde gelaufen die Stand ist gerade etwas abseits da haben wir es gesehen hier ist Spezialmunition und hier ist Geld um die Spezialmunition zu bezahlen so nächster Hinweis Ost ähm Ost ich nehme mal Angst warte mal oh wie ist er denn jetzt gerade gesprungen oh ich hab verfehlt oh oh hier ist Waffenöl falls einer seine Waffen reinigen will oh warum brenne ich denn jetzt schon wieder ach man ey Junge Junge Mike du brennst kann man das mit der Heilung stoppen? ne ne du musst erstmal die das Brennen aufhalten ne mit der Heilung stoppst du das wie mit der Heilung stoppst du das? mit der Heilung stoppst du das? direkt anfängst dich zu heilen ja hm das ist mir neu ach nee bei ähm bei Gift steht da immer nur du musst dich erst vom Gift erholen ne oh scheiße was denn äh Hunde eine eine habe ich war nur zwei ja ist er hast du ihn? ja ok das ist auch so blöd die springen ja quasi durch einen durch ne ja dass du dich dann wieder gedreht hast bist du komplett lost du bist komplett fair hier hat aber auch ein Händchen für Hunde ne ja da vorne sind auch welche mach ich nicht da lange auch oh Hunde ja das kann so und dann kommt er natürlich auch immer dann zu uns zurück er müsste sich oben in den Martin Rütter weißt du ja ja trinkt immer schön die Hunde mit läuft nicht weg von uns hier Jungs ich habe Hunde mitgebracht ja ja vielleicht will ja einer von anstreicheln oder so oder so ja klar ich streiche dich auch gleich kutsi kutsi kikku ich streiche dich auch gleich ich soll versprechen und das erste mal ist noch kostenlos ja so kriegen sie einen doch immer alter ja so wie gerade ne ja und Extrationspunkt alles holen ja wobei die anderen glaube ich schon abgehauen sind ich glaube die von uns das ist in einem Gefängnis also die bei der Spinne die sind schon abgehauen oder das wird auch ne stimmt gar nicht aber es wird auch nur einer sein denke ich oh da schießt denn der schon ich wollte ja auf wen ich habe auf die Mutti hier geschossen achso meinst du wolltest du uns schon mal angekündigen ja was ist denn denn gerade ist der was an mir vorbei irgendwas hat zu gemacht ich habe keinen Knall gehört da ist ein Immo oh der ist aber schon angeschossen worden da oben ist er das ist gar geht wo denn hat sich zurückgezogen hier auf unserer seite ist ja auf der anderen seite da ist er kannst du sehen da ist er oben drin ja der ist da oben drin Dem geht der Immo nach Da bämmt sich doch gerade einer mit dem Immo ab Ne, ne, der Immo läuft hier die ganze Zeit hin und her Gebt einer im Granaten Ich war das? So Da oben ist eine Erstickungsgranate Scheiße, der Dicke ist hier, der ist auch kacke Läuft hier irgendwo ein Generator oder ist hier so laut? Weiß nicht Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir sind, ne? Da haben wir Trophäen Na ja, die laufen gerade, glaube ich So wie sich das anhört Warte, die müssten da ziemlich genau bei dir sein, auf der Ecke Etwas weiter in meine Richtung rüber Oh, hier fliegt schon Dynamit, ey Da oben ist einer Er hat da gerade rausgeguckt Da hinten, jetzt ist er da hinten an der Ecke Da ist er lang gelaufen Geht Komm wieder zurück Geht rein Ist hier reingegangen Scheiße, ich glaube der Immo Will mich gleich neben mir Der sucht mich gerade Der winkt mir schon die ganze Zeit zu, der Immo Das wäre es gar nicht Ey, der Zoom hat mich gekriegt Ja, ja Sag ich eben auch Oh, scheiße Er wird angeschossen Oh, und der Immo Das war's kacke Er hat nur abgewandelt Von wo? Von wo hat er ihn geschossen? Das ist doch scheiße Die haben den genutzt, um mich irgendwie zu finden Ah, das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich besser lösen können Hä, wo bist du denn? Na, warum? So Ja, ist von dir aus gesehen im Südwesten nah Der Richtung Du siehst halt in dem Nebel nix da oben Du guckst genau in die richtige Richtung, aber die sind halt auf der anderen Seite des Gebäudes Aber die sind jetzt gerade echt einfach nur dem Immo gefolgt Laufen die raus? Oder sind die noch drin? Noch sind sie drin Einer ist gerade bei mir und looted mich Och, Mutti, ey Oh, da blieft einer was Oh, nein Ja, kam ich nicht mehr gegen an Scheiße Oh, hab ich dir nicht geschossen, ey Doch, du hast geschossen Aber du hast geschossen Nachgeladen Und dann etwas rumgestanden Ich habe mich darauf verlassen, dass sie down ist Ja, aber dass der jetzt da ist, das hätte ich auch nicht gedacht Hinter dir, Mike Der kommt da Da ist er Oh, genau vor dem Vor dem roten Fass Pass auf, Pass auf Nein, du hast es angeschossen Hau ab Die Hive greift dich an Oh, Mann, ey Oh, Mann Emo Nicht schießen Oh, Scheiße Oh, Hunde Alle Oh, wie geil Also war jetzt aber wieder durchgestolpert, ey Aber das war jetzt gerade eine richtig geile Nummer Alter, da kommt aber aus alles da nicht Du hast aber auch gerade alles mitgenommen Echt, du bist so rumgestolpert Oh, Blutdieniengipfel Ja, ich auch Ich auch, ich auch, ich auch Wobei, wenn du das mit dem Scheiß Fass nicht gesagt hättest Dann hätte ich es auch nicht getroffen Du hast Fass gesagt und ich habe sofort draufgeschossen Patsch Ich habe ihn aber gehittelt Ich glaube Ja, ja, du hast das Fass auch nicht getroffen Also das wäre nicht hochgegangen, glaube ich Das ist hochgegangen, weil er Dynamit geschmissen hat Oder eine Granate oder was Alter, ey Ja, Entschuldigung Sonst hättest du ihn noch weggemacht Du bringst mich auch immer wieder durcheinander So, wo müssen wir das jetzt hier machen Bei Fortschritt oder wo Da, Prestige Bist du bereit? Ich habe schon einmal draufgeklickt Warte, mache ich auch Achtung, sind Sie sich sicher? Ja Bitte wählen Sie zufälliger legendärer Gegenstand Oder 10% XP XP, oder? Ich würde 10% XP nehmen Ich auch Ja, Level 1, ne? Jäger Keine vorhandenen Eventpunkte sind Gott sei Dank noch da Im Laden ist gar nichts Boah, ist das hart, ey Dann nehme ich doch jetzt schon mal direkt den Kostenlosen Und generiere dann nochmal neu Genau Und 4000 Handholder Das war's Okay Ja Nämlich einfach die Waffe mit Obwohl, ich habe Sachen behalten hier Ich habe Waffen, habe ich noch Ja, aber ich habe einen Bogen Eine Kampfachst und eine Legant Ja, eine Romero habe ich Eine Springfield Und eine Winfield Ja, weil dann ist das wahrscheinlich reiner Zufall Was man behält, oder? Reiner Reiner Was hat das jetzt mit Reiner zu tun? Ja, dann rufe Du wirst dich wundern So, Schlagring Messer Verbandskiste Haha Und ansonsten haben wir hier nix Ach, ich habe ja noch Dämpfe 25%ige Dämpfe Habe ich noch zwei Stück Können wir ja mal mitnehmen, ne? Ich mag noch ein bisschen Noch ein bisschen Was mitnehmen Einmal eine Eins stehen Wupp, wupp Toll Für diese Eins Haben wir uns jetzt komplett Zurücksetzen lassen, ey Mhm Es ist Eigentlich ist es ziemlich bescheuert Aber ist der Ehrgeiz, der so viel vertreibt Wenn du dann in die Unendlichkeit levelst Also Ja Also nicht mehr levelst Ja Weil irgendwann wird die Kohle ja auch nur noch mehr Also So ist gefühlt vor das ja jetzt so, ne? Ja Das macht ja irgendwann auch keinen Spaß mehr dann Wenn du alles hast, weißt du Ja, müssen wir den Titel jetzt umbenennen Fertig Sätze Stream stoppen Ja Neun Stream starten Wir sind fertig Während des Streams Was? Während des Streams umbenennen Der Titel Ich glaube nicht So Muss auch gehen Was? Da halt Nein Das geht nicht Doch Nein Du kannst es noch nicht Ich habe jetzt gerade geguckt, nein geht nicht Das liegt an deiner Samsung App Dann müsste man das ja eben Äh Auf der Play sich ja umbenennen Aber auch diese ganze Umbenennerei danach Und hochladen Richtung YouTube und so weiter Das geht alles nur am PC Also ich finde auch Die Playstation selber unterstützt das auch gar nicht Gut genug Gibt es einfach zu wenige Tools 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 Yo Genau Tools 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 10% XP Boost 10% Mega Mega 10% mehr Und wir haben eine neue Wochenaufgabe Und eine neue Tagesaufgabe Er schießt 10 gepanzert Jetzt halte ich fest Meine Wochenaufgabe Die ich jetzt gerade zugelost bekommen habe Sei 10 mal der Seelenüberlebende im Schnellspiel 10 mal 10 mal Ja 10 mal Geil oder Ich habe tägliche Herausforderungen Ja Er schieße 10 Emulatoren Er schieße 10 Emulatoren Und als Wochenherausforderung töte 25 Wasserteufel Das mit dem Wasserteufel, das könnte man ja einfach abfahren Ja 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 Hier Dämpfe nicht vergessen Ja Wir gehen Richtung Nordost Nehme ich an Wenn du das sagst Hallo Aber die Dämpfe Auch Dämpfe Die Dämpfe sind doch nur für jeden Einzelnen oder nicht? Nee Ja Die sind für's Team O Hahaha Oh das war ein guter Stoff Da ist aber er hier bei Ju primitive Mike siehst du auch diese tollen Farben? Du verpasst was Mike come here Da sind schon die ersten Event Punkte Das auf meinem Ärmel ist LSD. Mike redet jetzt nicht mehr, weil wir Prestige sind. Ich glaube auch. Wir sind jetzt nichts mehr für ihn. Er wird jetzt gar nicht mehr. Oder er merkt gleich, dass sein Mikrofon nicht mehr ist. Ja, aber das merkt er erst, wenn er es selber merkt. Nicht, wenn wir zusagen. Danke. Das wäre zu einfach. War es gemutet? Ja, das sind doch immer die gleichen Gründe. Boah, ist das hier wesentlich. Geil wäre aber auch die Tagesaufgabe, tötet 10 Immos mit dem Messer. Da vorne ist schon eine. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich probiere es. Mach du mal. Please, wait a second. Ich treffe ihn nicht. Links vorbei, rechts vorbei. Ohren hat er schon mal keine mehr? Hä? Down? Ja, ich habe ihm auch noch eine mitgegeben. Der hat Musik angemacht. Der erste Immo ist da und da müssen wir immer Musiker machen. Nein. Ja. Oha. Ah, ist der Zug. Bist du erst das Rewehr rausgeholt? Ich dachte schon, du wolltest das so durchstecken, ey. Geht auch die Tür zu, Hände hoch. Ist hier gar nicht drin. Oha. Oha. Die Spezialmuster. Äh. Ach so, gepanzerte Erschießen, ne? Ja, hau sich auf. Vorsicht. Oh nein, nicht verbrennen, Mike. Doch, das zählt. Ich habe jetzt zwei. Ja, ich nicht. Wie kannst du denn jetzt zwei haben, wenn du schon zwölf? Schon zwölf? Fertig gemacht hast. Ist das hier drin? Ne, hier außen. Ah, ist weg? Ach so, die Blutpunkte habe ich genommen. Ja. Ach so. Wann reiche mir den nächsten Emulator? Wann reiche mir den nächsten Emulator? Da wirft jemand was? Ja, ich sehe ihn. Hier unten ist er. Oh, da sind zwei. Der kommt auf euch zu. Oha. Bin tot. Da ist er, direkt am Baum. Der kommt oben zu dir. Ja, Hunde. Der ist aber direkt bei dir, ne? Ja, ich habe hier Hunde. Null. Ja, ich... Oh. Null. Oh, scheiße. Ist die in One-Shot oder was? Ja, die Posten nicht schon. Ja, sie ist Springfield. Ach du Kacke. Oh, ist das stressig, ey. Was ist das stressig? Warte, die kommen gleich? Ja, ich höre sie. Sneaken. Mein Körper brennt. Voll. Nachladen. Alter, mit einem Schuss. Ist klar. Mit einer Kompakt-Striker. Ja, Mann. Ist klar. Er landet den Hedge-Shot. Vor mir lange zum Aimen hatte er nicht eigentlich. Ne, ich habe aber auch... Ich habe bei dem Visier immer das Gefühl, dass der nicht dahin dann aimt, wenn du vorhältst, wo das Fadenkreuz war. Ne, das schießt auch ein bisschen versetzt. Keine Ahnung, kann ich schlecht beschreiben. Das ist nicht so, dass du das Fadenkreuz hast und der zoomt genau an diesen Punkt rein. Das war ein komplettes Vierer-Team. Vierer-Team? Das ist doch geil. Geht doch gar nicht. Nein, also ein Vier-Sterne-Team, das meine ich damit. Ach ihr Affen, Alter. Ach, ich spiele jetzt einfach mit dem, was ich kriege hier. Oh, aber der hat nur... Der hat einen Beil. Wolltest du ernsthaft das nehmen, was du kriegst? Ja, mache ich jetzt. Okay. Ich spiele es mit dem, was ich gekriegt habe. Alles andere hole ich mir aus ihren kalten Händen. So, trotzdem nochmal Dämpfer mitnehmen. Ne. Brandbombe, doch, ich habe die jetzt mitgenommen. Wir müssen ja eh aufgebraucht werden. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ja, gut. Komm, 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 komm. Ah, ich habe jetzt aber schon Plus gemacht, ne? Und vielleicht eine schwache Gesundheitsspritze. Die habe ich, die hat man ja sofort dabei gehabt, hier. So, das muss jetzt gehen. Ich habe jetzt nichts für die Heilung dabei, außer eine schwache Gesundheitsspritze. Achso, hast du kein Verwandspäckchen mit? Ne. Das ist ein komischer Mongo-Juder da. Wieso? Der guckt dir das Gesicht doch mal an, du. Der kann man gleich wieder reinhauen. Wieso? So. 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 Die geht automatisch zurück. Das hört sich gerade so an wie so ein Hund, der gerade vor dir steht und um den Schwanz wackelt und sich total freut. Du aber keine Ahnung hast, warum. Du hast Hunde? Ne. was ist ich habe jetzt nicht mal ein messer ich kann mir nicht mal ein butterbrot schmieren ja du hast doch ein weil an der romero so das gleiche ist das gleiche das ist das gleiche da sind doch schon wieder hunde direkt vor uns wie wir es noch mal verbrennen bringt ja nicht viel bei den hunden ja jetzt haben wir doch schon mal versucht und dann sind die brennen doch auf uns zuge und haben uns zusätzlich zur blutung noch mit angesteckt es ist schon sehr besonders so sie haben das licht angemacht haben es nicht angemacht sind die hunde jetzt weg da waren doch eben noch hunde da vorne sind so ist schon wieder brand munition mit so dass war es raus 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 ich bin fertig da sind wir panzer da brauchst du nicht mehr schon ich hab drei und du 1 weil du ja immer verbrennen nein habe ich nicht hier ist der hin was jetzt vergiftet ist schon dran habe ihn darum ist noch ein gepanzert hier ist munition zwei er guckt mit gift geht scheinbar ja auch mit feuer geht nicht hier südwest hier ein bräuner da hinten ist noch einer lukas da ich hieß nur lang wer schießt denn da ich habe so ist ein ladenspann hier oben drauf ok ich hab's ja ich brauche keinen sag mal ist das jetzt gerade hier wieder dort gefühlt schon wieder eine sekunde bis er pinkt richtung südost ne ne oder richtung südwest richtung südost knallt es glaube ich aber südwest ist näher würde ich auch sagen ja aber ich glaube das richtung südost geknallt hat ja du willst ja auch auf die gegenpartie oder was eine fürchteliche wemsung eine fürchteliche hunde hunde alter bist du am siften meine herren warum treffe ich denn nicht ich schieße mit schrot das gibt es doch nicht alter geht es euch gut da sind kräne aufgestiegen oder oder war das der zombie hier ist irgendwo so ein feuer zombie das ist doch schon wieder so eine lustige runde euch kommt so ein bisschen da her das ist auch die wackeln so hin und her ne hier diese sniper attrappen die finde ich auch mega geil hier am stil das wäre doch cool wenn man die selber machen könnte er ist hier schon ne oder irgendwas wurzelt hier die ganze zeit rum das müsste auch der butcher sein da ist hier drin ich komme zurück mark du hast gift ne hast du gesagt ja ich glaube wenn du den mit gift anschießt das könnte durchaus hilfreich sein hier ist auch ne katzeposition ich brauche ne bessere wie kommt man denn hier hoch ah hier unten kannst du direkt rein ja oder hier über den das ist auch ne ne oh oh nein Nein. Das ist unten, ne? Ja. Oh, sag mal! Er kommt hier raus und zieht mir draußen noch eine. Liegt hier nicht irgendwo... Hier draußen liegt ein Spaten. Muss ich einmal heilen. Nehme ich den Spaten wohl auch selber. Oh, ein Brenner! Er kommt hoch! Fuck! Warum liegt denn hier nicht noch irgendwas rum? Oh! Oh! Alter! Die ist doch nicht ganz normal! Oh! 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 So, wo ist der Spaten jetzt hin? Ach da! Die Dämpfe gar nicht genommen! Achja! Dämpfe! Wer hat Dynamit geworfen? Ich! Oh, der hat aber gesessen, wa? Ja! Jo! Das hier oben! Hehehe! In your face! Oh nein! Oh nein! Oh! Oh, hier ist noch ein Armord! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, hier ist noch ein Armord! Scheiße! Oh, das wird nix! Der Armhaut wird mich gleich umbringen, glaube ich. Ja, der brennt ja, der Armhaut. Ich flotte ihn wieder nach oben. Ja, hier bin ich nochmal angeschossen. Ich werfe nochmal was, nicht hochkommen. Er ist unten. Oh, scheiße. Ja, doch stehen. Oh, nicht so dicht. Warum renne ich denn jetzt hier oben? Ey, der schlägt echt nochmal im Fallen mit seinem blöden Haken, ne? Ja. Schreit er jetzt nochmal rum? Wie krass. Wer läuft? Ich hier unten. Gibt der noch irgendwo Spezialmonizierung zufällig? Ich glaube da unten lag welche, oder nicht? Bei ihm. Ja, direkt neben ihm hier. Genau, da müsst ihr irgendwie ruhig sein. Hier oben ist auch normale Munition. Jawoll. Bin mir gerade aber zwischendurch nicht sicher gewesen, ob ich nicht noch andere Schritte gehört habe. Mal, brauchst du noch Munition? Ne, hab ich gerade gefunden, Spezial. Alles gut, danke. Hier ist noch Pistolen-Munition. Hier unten ist noch mehr Spezial-Munition, Mike. Hier schießt jemand. Ich schieße. Was ist das? Ich geh mal in ein anderes Gebäude. Boah, stirbt der jetzt mal? Schwitzige Hände, schwitzige Hände. Alter. Ja, super. Ein ganz Magazin in der Winfield verbraten und der Armort kippt nicht um. Das ist ja mal geil. Boah, der verträgt ja was. Ja, mal gucken, ob die jetzt zu uns kommen. Ja. Ja, die kommen zu uns. Ja? Die kommen aus Richtung Süden. Ja. Oh, die sind fix unterwegs. Die sind rechts von euch, ne? Südwestlich. Ja. Aus Südwesten müssen die kommen. Sprinter irgendwo kommen, ne? Ja. Jetzt sind sie genau südlich von uns. Die kommen nicht irgendwo aufs Dach drauf? Ne, ne? Ne, ich glaub nicht. Ach, fuck. Schade. Die sind schon bei uns. Da unten. Oh, Alter. 73 Meter. 73 Meter. Mit einem Karabiner. Ohne Visier. Danke. Die pushen richtig rein. Lauf ich schon irgendwo auf dem Dach? Da oben. Fing mal. Alter, wie die treffen, ey. Warum treffen wir denn so scheiße? Oh, kack. Ist mir nur runtergefallen. Ey. Jetzt hat er mich direkt nochmal mit einer Dynamitstange weggepfeffert. Wie das denn? Ja, das klappt ja super. Vorsicht, Mike. Nicht da rein pushen. Da oben auf dem Dach ist er. Links auf dem Dach. Kannst du durchs Fenster sehen. Da. Hast du gesehen? Nein. Oh, warum holst du mir denn nochmal wieder? Damit ich nochmal sterben kann. Ja. Hab ihn. Der auf dem Dach ist tot. Der auf dem Dach ist tot. Hat er sich selber gesprengt? Den auf dem Dach habe ich gekillt. Okay. Da muss ja aber noch einer sein. Ja. Ich auch. Der wird ihn wiederholen. Leider nix zum Werfen. Muss da eigentlich pushen, ey. Die werfen schon wieder was. Alter, was fackelt ihr denn da ab? Da ist auf jeden Fall eine Muddy. Die ist ein bisschen aufgeregt da drüben. Wer ist irgendwo runter gesprungen? Ich bin eben gerade durch Glas gelaufen, sonst nix. Die Muddy ist auf jeden Fall hinter ihm her. Die müssen hier Richtung Südost sein. Habt ihr die Trophäen aufgenommen? Ne. Nein, der liegt ja auf dem Dach da. Die müssen ja irgendwo Richtung Südost sein noch. Nehm doch mal das Trophäe auf. Der liegt auf dem Dach, Mike. Ich glaube die sind unten. Ich glaube die sind unter uns. Die müssen schon hier irgendwo. Achso, unsere Trophäen. Ja. Die müssten jetzt gleich bei unserer Trophäe auch sein. Dann können wir zumindest mal gucken. Aber ich glaube, die sind hier schon. Sonst nimm doch mal einer, einer auf. Ja, ich weiß nicht ob ich da hinkomme. Wo Matthias? Hier bei mir. Einer oder zwei? Einer. Ja, einer direkt bei Matthias. Ich sehe aber keinen zweiten angesteckt. Der ist, der kommt dir da näher, Mike. Ich sehe im Moment, Kai zweite ist ja down. Vielleicht gibt es gar keinen dritten. Was? Ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt hier oben unten. Da hinten hockte der Da sind die Schritte Da ist der Olo Da drüben ist er Oh ne Ne Modi Dankeschön Bitteschön Es sind wieder zwei Und die sind Südost Die kommen hier jetzt Da ist er Rechts hier ist er Da gehst du rechts rum Da ist noch einer Rechts ist da Achtung Ja und da ist noch einer Da sind zwei Einer rechts einer links Das gibt's doch nicht Ich auch nicht Den einen habe ich gehittet Mit Gift Munition Einer kommt hier unten Ah Hat mich Scheiße ey Alter Das ist nicht wahr Dieses Scheiß Winfield Ding Der kriegt eine Kugel nach der anderen Der hat sich drei Stücke fangen Und der kippt nicht um Das ist doch kacke Das ist doch kacke Diese Akimbo Waffen sind auch scheiße auf Distanz So was weiter Eine noch oder Ja Ja Oder ist das irgendwie die Controller jetzt schon Eine noch Mann, Mann, Mann Ein Jäger getötet ey Und die waren nicht mal gut Die hatten ja auch alle nur einen Dreier Merkwürdig, oder? Ja Genau, jetzt habe ich hier einen Jäger mit einer Axt Der Jäger? Ja, das ist die welche ich eben gerade meinte Und die hat halt echt eine gute Schussfolge Die macht zwar nur 75 Schaden Und hat einen Rückschlag Der ist echt feierlich Ja, mit die Möhre Aber die ist gar nicht so kacke, glaube ich Also zur Not, wenn du beide Waffen leer geschossen hast Ich hole mir so lange noch was zu trinken Ja wieder So lange? So lange? So lange? So lange holt er sich noch was zu trinken So lange holt er sich was zu trinken So lange Ja Dauert es aber noch eine schöne zum Abschluss, oder? Verspricht es Mike Verspricht es Verspricht es Verspricht es Gefällt dir das? Gefällt dir das? Hast du das gemutet, oder was? Ja Oder hast du versehentlich das Mike mitgefressen? Ja 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 Moped hier 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 Guckst du Hier PSPF 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 droger steht Warte auf andere Spieler ich bin ja jetzt da wir können jetzt loslegen Mike zeigt mir gerade sein ganzes Equipment Warum? Zeigt mir das ganze Equipment Guck mal hier Und fernglas hier ist mein rohr ja kannst du auch ausfahren guck mal kurz durch sie haben das licht angemacht warum warum hast du denn kraut in den das sind haare um gehen wir keine ahnung weissen ich habe noch nicht gekocht ist nicht hier südwest was denn jetzt südwest so wie schon wäre das hier sumpfgebiet ist das hier auf diesem steek da hinten ist was anderes steak 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 aus jetzt habe ich das ist jetzt schlecht ja helft mir ruhig während ich mit dem fernglas versuche den zombie zu erschlagen er sagt das so so viel zu dem thema matthias eine gute runde der ticket hier der ist ja auch standard der muss hier ja das quasi ein standard ticket er ich glaube nicht machen weil seine vier jahre müssen ich habe leider kein dynamit ich auch nicht ich schieß den ich mache da ein bisschen feuer und dann runter da kommt direkt ein armout raus Ich hab schon 5 Boah, Alter Das war nicht Lukas Der ist immer noch da Schießt du, oder? Mach mal Er hat mich verfolgt gerade hier so ein kleines Mist Der ist immer noch da Warum das denn? Der Dickhead flippt aus Und da drüben ist eine Muddy Shit Boah, was wubbelt denn jetzt hier so? Oh oh Das ist nicht gut Oh, der Dickhead kommt Ich hol den Ich hol den Hinweis schnell Der ist rot, der Hinweis ist rot Der Hinweis ist rot? Ja, das heißt, dass andere in der Nähe sind Die kommen aus Süden Da ist der Flugrat der Dynamitstange Oh, der verfolgt nicht Das ist ein Hinweis, wie das sehe ich bei mir gar nicht Wie seht ihr das denn? Da vorne sind's, oder? Ich war da an Hit Noch ein Hit, tot War noch einer, oder? Stimmt War ein World Show, bis jetzt Ja, gut, Schöpft Kannst du nochmal markieren, wo das war? Ja Äh, ja Aber da sucht, direkt da runter an dem Steg Ich hol mal schnell das Ding Vielleicht ist es ja Ist nicht mehr rot Meinst du, der war alleine? Der könnte Matthias, Matthias, Matthias Ja, ja, ja Ich bin nicht allein Hier latscht aber noch einer rum, oder? Hier sind noch Schritte Hier auf der linken Seite höre ich noch Schritte Hallo Hallo Da war ich gerade, aber ist ja egal Ja, oder das waren meine eigenen Schritte jetzt gerade Sind hier auch manchmal so verzögert Hab dann gelootet? Ja, ja Dann treten Sie bitte einen Schritt zurück Dann müssen Sie wieder zurück, ne? Dann ist Springfield mit, falls du dann brauchst, Martin Oh, sag das doch vorher Ja, dann guck doch einfach hin Ach, das ist ne kurze Ne, ne kurze habe ich selber Oh nein, oh nein Ne kurzen hat er selber in der Hose Ja Kurzen habe ich selber Er hat ja einen kurzen Hatte Dickhead hier noch irgendwie was mit? Trade? Weiß ich nicht Nix gesehen Ey Jetzt willst du wieder nix gesehen haben, ne? Ich hab nix gesehen Kehr, 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 du Ich hab nix gesehen Da ist nix gesehen Nix 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 gesehen Aber der ist ja tatsächlich erst rot, wenn du dran bist, ne? Also Also, ja gut Du siehst den Clou selber Dann ist der rot Also der Genau Der Hinweis auf den Clou Quasi, dieses Drumrum Das ist ganz normal blau Ach, das war die Leiter Ich wollte die Munition haben Die kann doch nicht Die Lampe an und aus, ey Warum nimmt er das nicht auf? Klick, klack Ja Klick, klack Ne, ne, er dreht dann so Voll geil Das Pferd Wohinge, ja nordwestlich, ne? Ja Okay Nordwestlich Gut Ja Nur die Aus dem Weg Zwei Wo ist denn die andere? Daneben Ach, da, ja Alles klar Ist weg Eventpunkte Ja gut Ja gut, mit den Eventpunkten Farben war natürlich auch noch den einen oder anderen Handdoller, ne? Jetzt im Moment Hm Ist vielleicht gar nicht so schlecht Boah, müssen wir jetzt hier echt Kann man nicht hier rum? Da vorne ist eine Brücke Da kommen wir nicht hoch Da geht's rum Ha ha Aber wenn ich jetzt noch eine Brücke sehe, dann muss ich daran denken Hast du eigentlich schon einen Knall gehört? Das war aber eine Eisenbahnbrücke Ja Gib sie ihm, Mann, komm schon Ja, voll Warte Du hast die noch geboxt, ne? Du hast die nicht mit gemessert Keine Animation, ey Warum hast du die denn dann geboxt? Linke Seite von uns Ich hab geboxt Richtung Südwest Das ist gerade gescheppert Oh, vor uns Ja Das ist Richtung Matti, auf dich lockt, Alter, zu Hinter dir, hinter dir Danke Entschärfst du schon mal Äste? Das hat von da geknallt Auf jeden Fall Das geht Ja, wo gehen wir jetzt lang Also hier sind Vögel, Krähen Ja, da unten ist ein Armor drin Da laufen sie Da laufen sie gerade durch Ja Die laufen hier nach links rüber Die müssen einmal übers Wasser wahrscheinlich Ja Ja, rennen durchs Wasser Kommt jetzt hier irgendwo raus Da Deine ist noch da unten Die läuft wieder runter Da, jetzt läuft er hoch Oh, hier sind irgendwo Hunde Ich glaube die versuchen einfach nur wegzulaufen Ja, ich muss den Mutti wegmachen Der hat mich verarscht Ja, ist hinweggerannt Oh, fuck, ey Jetzt Ich sehe nicht Ich greife mich dieser scheiß Hund an Hier Der Hund ist da Ja, ich Mann, ey Ich sehe aber gerade keinen Da drüben ist einer Da kommt noch ein Hund, Matti Glaube ich Oh, jetzt treffe ich nicht mal den stehenden Hund Oder was Er läuft hier lang Da ist er lang gelaufen Da laufen sie lang Oder im Haus Sind sie jetzt im Haus drin, oder? Hier ist einer Oh, was? Der hat sich hier im Busch versteckt Willst du mich verarschen? Aber das gibt es doch nicht Oh, hier bei mir ist auch einer Oh, kann doch nie wahr sein Da vorne ist noch einer Oh, und ich treffe die nicht Da verschärft er sich im Busch, ey So ein Busch-Pimmel Laufen echt einfach nur zickzack raus, ne? Sind auch nur zu zweit, hätte ich gesagt Ja Versuchst du Mike zu holen? Ne, ich versuche ein bisschen weiter rechts rüber zu kommen Weil bei Mike gehen jetzt auch noch die Knutzen da weg, ne? Da links sind sie Oh, dass man die nicht trifft Die laufen jetzt wieder zurück Quasi Nochmal den gleichen Weg wie eben Vielleicht geh zu Mike gerade hin Müsste eigentlich jetzt gerade gehen, glaub ich Oh, scheiße Werde beschossen Oh nein, Emo Oh, nimm doch die scheiße, ey Oh, warum schießt du denn auf den? Oh Weil Weiß ich auch nicht, weil dieses Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach-Wach Dieses Waffenrad ist echt für'n Arsch, ey Warum kann ich mir nicht auf die anderen Tasten auch was legen? Warum hast du Mike nicht geholt? Ja, weil ich angeschossen wurde Die treffen doch gar nicht Nein? Die treffen doch gar nicht Was ist nicht da der Nächste? Der ist entlang der Straße links im Gebüsch Ich kann ihn nicht sehen Er ist entlang der Straße links im Gebüsch Ja, er trifft mich auch Haben ja auch schon wieder direkt geholt Dein Ernst, ey? Boah Matthias hat echt voll Glück gerade, ey Das ist echt unglaublich, ey Ich lösche das Spiel gleich Hier vorne ist ein Scheiß, ey Jawohl Hier ist Heilung, Martina Da drüben, so Richtung Nordosten In dem Wald Ja, ich versuche jetzt zum Laufen In dem Waldstückchen da drin Hast du von rechts geschossen? Oh, da ist einer Vor dir, Matthias Direkt da vorne Da oben drauf, ja Oh, zwei sogar Das ist ein anderes Team jetzt, ne? Ja Oh, fuck Oh Na, Gott sei Dank, ey Oh, nein, ey Du bist jetzt zwischen zwei Teams, Lukas, ne? Ja Okay Super Chancen, ey Da ist er Rechts an dem Stapel Rechts an dem Stapel Links, links war er gerade Da, so Da ist er gerade lang geschlichen Ja Ja, das war jetzt das andere Team, ne? Ja, genau Die kamen jetzt gerade von hinten 81 Meter mit der Viterlie Ja, das war jetzt auch gerade Da hätte ich jetzt auch ins Maisfeld laufen können Oder sonst was Dass wir die nicht weggemacht haben Das ärgert mich Ich hätte zwei Waffen Jeweils mit einem Schuss Ne Romero Und ne Springfield Ja, das ist auch so ne geile Mischung Wenn du jeden Schuss nochmal Neu nachladen musst Das kannst du voll vergessen Ich geh mal kurz pinkeln Und wechsle schon mal das Spiel Ich muss pinkeln und wechsle mal kurz in KT Im Moment Bin gleich wieder da Oh, das Team 1 war ja top Warum sind wir denen nicht begegnet? Oh, ja, schade Ja, die hätten uns auch weggemacht Ach, der, den ich getötet habe Das war ein Einzelner tatsächlich Und die anderen Ja, das war ein Zweierteam Was war denn das für eine Teamaufteilung? Ja, komisch, ne? Ganz merkwürdig Also, Skilled-based war da irgendwie gar nichts jetzt Ne Ja, großartig Level 7, ne? Ja, alles klar Das war's mit Hand für heute Abend Genau Danke fürs Zuschauen Und Wir sind in der Woche wieder da Dankeschön In der Woche Genau, so sieht's aus Danke fürs Zuschauen Macht's gut Ja, danke fürs Zuschauen Ciao Ciao Ja, danke fürs Zuschauen Ja, danke fürs Zuschauen Ja, danke fürs Zuschauen Ja, danke fürs Zuschauen